Mein Haus! Nein! Mein Haus! Nein! Mein Haus! Nein! Es ist mein Haus! Mein Haus! Nein, meins! Nein, meins! Unser Haus ist kaputt! Was ist passiert, Jungs? Mama, wir brauchen ein neues Haus. Ich habe eine Idee. Los geht's! Juchu! Ich habe ein neues Haus für euch. Schaut! Aber wir brauchen den Schlüssel, um hineinzugehen. Ihr braucht Geld, um den Schlüssel zu bekommen. Also, ich habe einen Dollar. Ich habe den roten. Ich habe fünf Dollar. Ich habe den blauen Schlüssel. Ich habe ein Hundert. Ich habe einen Grün-Schlüssel. Kommt schon, Jungs. Lasst ihn uns finden. Das ist euer Zimmer. Oh! Oh! Bäh! Oi! Ich nehme die blaue Farbe. Das ist dein Stockwerk. Komm schon! Chris, deine Tasche! Boah, so ein großer Raum. So ein schönes Bett. Boah, ein Fernseher. Dort gibt es eine Küche. Das gefällt mir. Ich wohne im dritten Stock. Oh, mein Zimmer. Okay. Ah, mein neues Zimmer. Ich mag es. Ich mag diese rosa Farbe. Ah, okay. Oh, mein Kätzchen. Sofa für mein Kätzchen. Es ist für dich. Bäh. Okay, lasst uns aufräumen. Geschaft. Zeit, den Koffer zu öffnen. Boah. Ja, er ist so groß. Gris schafft. Ich hole etwas Tee. Okay, ich habe Tee hier. Und jetzt lasst uns fernsehen. Was ist daran falsch? Was ist das? Hey! Hey! Hey, du! Halt! Hey, stirb! Oh, was ist denn passiert? Er hat meine Küste gestorben. Oh nein! Wir müssen ihn fangen. Los geht's! Ja, Jungs, kommt schon. Los geht's! Los geht's! Ja! Nein, nein, nein. Es ist nicht erlaubt, seine Kisten zu nehmen. Entschuldigung. Polizei, wir haben ihn erwischt. Ja, ja. Puh. Das ist nicht bequem. Dann lass uns spielen. Chris, schau, was ich habe. Fang das. Ah, ich hab's. Ah, ich hab Hunger. Schau in den Kühlschrank. Ich habe Hunger. Mami, ich habe Hunger. Was willst du denn? Ich habe Hunger. Gut, keine Sorge. Eine Sekunde. Milch und Eier. Okay. Ah, leckerer Pfannkuchen. Chris, Chris. Chris. Die Pfannkuchen sind fertig. Er ist für dich. Danke, Mami. Ich will auch. Keine Sorge. Michael, magst du Eier? Oh. Let's go. Okay. Boah. Oh, stopp. Oh. Hilfe. Hilfe. Oh mein, Hilfe. Hilfe. Helft mir. Das Haus steht in Flammen. Keine Sorge, liebe Frau. Ich werde Ihnen helfen. Oh, danke. Jungs, schaut mal. Jungs, wir brauchen ein neues Haus. Ja. Ja. Auf geht's, Jungs. Ja, gehen wir. Chris, ich habe ein Kistenlabyrinth für dich. Ja. Ja. Los geht's. Hey, Chris. Benutze das Werkzeug, um den Ventilator zu stoppen. Und gehe in eine andere Kiste. Okay. Okay. Ja, danke schön. Das wird mir helfen. Ja, ich habe den Ventilator gestorben. Geh durch den Tunnel zur nächsten Kiste. Chris, beeil dich. Chris, du musst den Schlüssel finden. Ich muss den Schlüssel finden. Hm. Es sind Bonbons. Aber wo ist der Schlüssel? Vielleicht dieser hier? Hm. Chris, gib niemals auf. Versuch es noch einmal. Okay, Mami. Was ist das? Gelee? Vielleicht ist es Wackelpudding. Ich habe den Schlüssel gefunden. Chris, beeil dich. Wir haben nur eine begrenzte Zeit. Das ist Wackelpudding. Let's go. Chris, Chris. Chris, bist du hier? Aha. Beeil dich, Chris. Du hast die nächste Kiste. Los, los, los. Okay, los geht's. So viele Blöcke. Ja. Das macht viel Spaß. Hey. Aber vergiss nicht, von hier zu verschwinden. Du musst alle Blöcke wegschaffen und den Schlüssel finden. Nutze deine Kraft. Yay. Oh. Okay. Gut gemacht. Ich habe den Schlüssel gefunden. Yay. Okay. Öffnen wir sie. Folg den Pfeilen. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Hier lang. Juhu. Was ist das? Chris, du musst den Eimer voll machen und vergiss den Schlüssel nicht. Okay. Yay. Chris, beeil dich. Die Zeit ist vorbei. Schneller. Keine Sorge, Mami. Ich weiß, was ich tue. Rumpf und krach. Ja. Platze den Ballon und hol dir den Schlüssel. Oh. Ich weiß, was zu tun ist. Beeil dich. Du hast nicht mehr viel Zeit. Ich habe den Schlüssel gefunden. Ja. Was? Du musst deinen Körper flexibel einsetzen und darfst den Laser nicht berühren. Okay. Los geht's. Gib mir den Schlüssel. Gut. Dankeschön. Gern geschehen. Let's go. Schneller, schneller, schneller. Los. Oh nein. Der Boden ist Lava. Oh nein. Chris, schau dich um. Let's go. Nimm die Wasserflasche. Hey. Ich habe gewonnen. Mami, ich sehe etwas. Ich habe den Schlüssel gefunden. Oh, Chris. Es ist fast fertig. Die letzte Kiste. Los, 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 los. 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 Es funktioniert nicht. Was soll ich tun? Hm. Nicht verbunden. Es klappt nicht. Hm. Oh. Schau mal hinter dich, Chris. Oh, ich weiß. Let's go. Rosa und gelb. Gelb und grün. Okay. Geschafft. Yay. Yay. Oh. Oh, Chris. Glückwunsch. Du hast die Kistenaufgabe geschafft. Oh ja. Nutze immer deine Fantasie und Kreativität.